Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ori and the Blind. Orist, wir müssen Richtung... Hier, wir müssen nämlich den Baum, das erste Licht uns besorgen. Holheim. Ja, da müssen wir hin. Beiforsichtig Ori, der Boden liest instabil. Bamm, pick mit. Nur nicht gebrauchen. Jetzt runter. Warum ist der wieder an, du? What the hell is going on? Was passiert, wenn ich jetzt... Ja. Huh. Ja, das ist nicht mehr. Hm. Hm. Okay, das kann man immer noch nicht kaputt machen. Oh, yes. Ah no, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Hochschluss seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Oh, wir kriegen eine neue Fähigkeit. Äh. Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du zum Auflagen gedrückt halten und dann loslassen. Ah. Hallo. Give me that shit. Hm. Hm. Zack. Hm? Wolle. Äh. Wir müssen irgendwo da hoch. Nein. Jetzt bin ich wieder runtergeflogen. Jetzt. Weg doch. Wolle zu Gusto. Ich finde es nicht so gut. Bamm. Da drüben ist noch so ein Sailor-Bewühlchen da. Au! Richtig mies. Bamm. Jetzt. Jetzt, Dilla. So, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Lässt die meisten einzahmbaren Gegenscheine auf der Karte erscheinen, das Erstellen einer Szenenverbindung stellt ein Lebenszell wieder her. Das ist eigentlich gut, ne? Erhöht die Stärke der Geisterflamme. Wie die Kosten der Stichflamme. Ne, wir gehen auf Stärke. Halt. Spiel speichern, bitte. Oh, okay. Können wir auf einmal Blitz machen. Bamm. Was ist der Weg? Oh, oh. Endboss. So, verdächtig hier. Au! Ich hab keine Energie. Ich hab keine Energie. Look at these. Oh, Mann. Ah. Shit. Wusste, dass ich die... Ah, okay. Aha. Give me energy. Das ist auf jeden Fall voll durchgekracht. Die Lichter runter. Weiß ich nicht. Oh. Hm. Da ist eine Lebenszelle gefunden. Boah. Knapp. Das war fail. Oh. Das war noch mehr fail. Nein. Warum? Herz. Danke. Krieg mir die hier. War aber keine Energie. Blöde Gefühl, wir müssen eine Runde. Boah, 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 boah. Ah. Was ist da drüben? Yes. Eine Energiezelle. Mehr Energie einsammeln. Ich würd aber gern da wieder hochkommen. So. Weil jetzt haben wir noch Energiezelle. So viel? Holy shit. Okay. Ich brauch vier Energiezellen. Ich hab nur... drei. Ich mach den Kopf. Gut. Äh... Ich war doch niemals hoch. Naja, komm ich auch nicht. Nein, das heißt ich hab meine Energiezellen jetzt auch verloren. Okay, ich hab zumindest das noch. Wies. Das ist nicht so schlimm. Zack. Ja, probier's nochmal. I know, I know, I know. Ha. Diesmal hab ich mich nicht getroffen. Diesmal nicht. Oh. oh give me that shit come on boom so bitte nachspeichern gut zack holen wir uns die Energiezelle weil wichtig brauchen wir zum 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 Nein. Yes. So, bitte speichern. Denk vom Bauch man noch nicht. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Boah. Aha. Karten-Ding. Nice. Gib mir. Ich habe aber keins. Ein Kartenfragment. Oh. Oh. Ich mit der Energiesplitter. Oh. 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 Das sind... Okay. Ein bisschen aufpassen. Die explodieren, die komischen Dinge. Oh. Big Mama ist in der Haus. Immer wieder neue Fähigkeit. Ah. Ah. Äh, ich war... Mh. Wir hätten das da unten dann sprengen lassen müssen. Mh. Ich jetzt... Komplett... Ja. Kannst du sagen, will ich mich komplett verkackeiern. Ne. Das lässt sich nicht sprengen. Mh. Mach das. Hat der mich radiert. Eieiei. Er hat mich mal richtig gegeben. Eieiei. Er hat mir mal richtig gegeben. komische frösche da doch ich noch keine energie spieler zum speichern ja 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 oh nein sinds da müssen wir eigentlich hin aber hochkommen wir bringen doch das könnte lang wir haben keine ener... shit keine energiequelle mehr wir müssen uns... okay wir kommen da raus ich brauche dringend energie splitter jetzt kommen die magma viecher da das ist nicht schön boi das ist nicht schön aber wir speichern seelenverbindung soll ein lebenskern wieder her wenn ich jetzt her gehe da kommt das viech hallo komm ja dann ist aufgang noch mal eine lebenszelle kriegt fünf stück da komm yes 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 uh 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 da ist er wieder da okay das wusste ich jetzt nicht dass er hoi viel spaß ich glaube das soll ich schnell weg drüben ist das Kartenfragment, wo wir reinmachen müssen. Wir sind aber eigentlich da lang. Platz da hoch. Kartenlegende. Wollah. Hm. Aber Leute, das soll es gewesen sein von dieser Folge. Schaltet gern nächstes Mal wieder ein. Checkt die Videobeschreibung aus. Da ist Twitch Instagram verlinkt. Da könnt ihr auch gern vorbeischauen. Kommentiert, abonniert, liked und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.